Hey sehr und Konnichiwa! Hier ist wieder euer Keanu. Zurück mit Dragon Ball Xenoverse! Und irgendwas stimmt hier nicht. Ganz gewaltig. Ginyu! Ja, wir sind die Ginyu-Forse! Ja? Ja? Ja! 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 in US-Fahrer ein Mieter Ziel mein Vater okay ich die mit deinem Vater also jetzt so Prügel austauschen und so ja ist egal ihr wisst was ich meine man kann sie nicht ernst nehmen es funktioniert einfach nicht so gut sehr seltsam Gino Kommando Reduziere Gino's TP auf ein bestimmtes Mars oder Bissi Kirikum eins von beiden machen wir schon irgendwie dass die sich nie an den neuen Krieger erinnern immer wieder wer ist denn das ich bin mal gespannt wann euch was an meinem Charakter auffällt da gibt es nämlich eine kleine Änderung am Aussehen mal gucken wer sie zuerst spottet he's pretty dangerous but Vegeta's really amazing too but something feels odd of course I'm worried about my father but we have to watch out for Gino no Gino shouldn't be fighting here this this distortion in history already happened I sense something fishy be careful who the heck are you who the heck are you you've got some nerve my friend to interfere in my fight with Vegeta all right I'll fight you all you may have seen like a weakling at first but it turns out you're actually not the captain is really excited for this right so the winner rock paint the scissors gets the rest of us rock two six six paper it's a tie it's a tie yeah yeah I win 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 He he he, now it's getting interesting. Gohan, remember the image training we did on the spaceship? Everyone is stronger, sure. But, it'll be hard to take on Genu and Raku. Please, protect everyone and defeat the enemy. Er hat meine Attacke jetzt einfach unterbrochen, ey. Father, he seems so strange. Did his power rise? Because of... No, quite. In the changed history. Genu, did a body change with father? You're all so quick and annoying, like stinking flies! Whoa, Captain Millie does seem like he's in a bad mood. Father, did you eat the last piece of Captain's Kike again? I didn't eat egg! How many times do I have to tell you it wasn't me? Stinky lawyer! Hahaha, I'm lying! You have to go from really places, eh! THE HAPPEN! WUPSA! THE HAPPEN! THE HAPPEN! THE HAPPEN! THE HAPPEN! Fuck! Fuck! Come on, little guys. You can work together if you want to. Won't hurt my feelings. And don't hold back. Use all the cheap moves you want. Damn it. He's looking down on us. Ja, Bats krieg ich noch eine gegen die Backe, ey. Das ist doch nicht mein Problem, Beatus. Song Goku vs. Ginyu Kommando reduziert Ginyu's TP auf ein bestimmtes Maß. Die Po-Backe, ey. Can I end it already? Rekum, Artra, Hiking! Aga! Denk ich mir auch oft. Oh, Gugu. Gugu! Daddy! Wer ist das? Was? Dad! Du hast ihn schon? Er ist weg! Es war eine Überraschung. Was? Was ist passiert? Akum ist... Das ist das, was sollte sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Wie hat er... Akum ist in einem Fall. Ich wusste, Gugu war großartig. Ich bin sicher, dass ich mich verletzt habe. Trillin, Gohan, benutze den Radar-Dragons. Versuche zu finden alle Dragon Balls. Ich denke, dass sie wahrscheinlich auf ihrem Spaschiff sind. Ich fühle mich keine starken Macht da. Nichts in dieser Richtung. Nachdem ich ihn verletzt habe, werde ich mit dir. Alles klar! Good luck, Gugu! Sie sind weg! Lasst sie weg und schlafen sie! Alles klar, hier bin ich! Das ist so schlimm, wird das jetzt auch nichts. Oh, wow! Was ist denn jetzt... Wieso ist denn die... sind die Stimme voll so leise? Irgendwie sagt das witzig aus! Was? 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 Ich glaube nicht, dass die Historie verändert hätte wie das. Bitte, calm dich jetzt. Es ist okay. Es sollte eine Chance sein, um zurück zu normalen. Ich verstehe. Genu ist nach Gugu's body. Chaaaaaaase! Wie ist denn? Wie ist denn... Wettt, etwas blanено, dass... ... 1 orgy u.s. so träge Was für eine Scheißattacke Ich habe einmal getroffen, glaube ich Also während Goku uns verprügelt Verprügelt die Genufoss ich mehr oder weniger selber Okay Was sind Sie? Wer sind Sie? Das kann nicht passieren Wir sind die Genufoss Hey, ich möchte Ihnen etwas fragen Können Sie mit Gohan und Krillin und schauen die Dragon Balls? Wenn Sie so gehen, können Sie direkt in der Spaceship ohne irgendwelche Probleme Ich denke, dass ich Sie in der Spaceship Also bitte Ich verstehe, das ist eine großartige Idee Okay, gehen wir zur Spaceship Ich bin Angst, dass Ihr Körper, sicher Aber Sie wissen, ich bin positiv, Sie können es tun Ich bin auf Sie Ich bin auf Sie Kuh, das kriegen wir schon irgendwie hin Finisher Wieso steht da auch immer Finisher? Ich schaffe es nicht, ja klar. Ich schnall es nicht, wollte ich eigentlich sagen. Na gut, dann will ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.